Oh, Leute, Hilfe, ich bin in einem Tornado, bitte helfen mir doch, drückt schnell auf den Like-Button, Leute, auf 3, 1, 2, 3, hoho. Oh, Freunde, danke schön, dass ihr den Like-Button gedrückt habt, denn wir werden heute der größte Tornado in ganz Roblox. Alter, Kasper, wir sind Tornados. Yibbi, und ich saug hier diese Pylone ein. Was? Stimmt, du hast recht. Und werde dadurch immer größer. Alter, jetzt muss ich erstmal meine, ah, man muss dann seine Größe verkaufen, oder was? Genau, genau, du musst jedes Mal verkaufen und wirst immer größer. Ah, das heißt, nee, ich kriege jedes Mal Geld und dann muss ich, glaube ich, von diesem Geld am Max Size kaufen. Oh, es kostet 10 Dollar. Oh mein Gott, okay, das heißt, jetzt kann ich hier richtig viel einsaugen gerade, ne? Wo hast du, hier im Shop? Kann man das da kaufen? Nee, links steht das Dreck, links steht das. Ah, oh mein Gott. Und verkaufen. Ey, jetzt bin ich viel größer. Ja, ja, und diese Cell, Alter, man kann hier richtig viel hier sich holen. Alter, Leute. Verkaufen, ich werde immer größer. Sag mal, ich kann jetzt schon 3.300 groß werden, ne? Ich kann jetzt schon 2.000 groß werden. Und ich mache hier die Cell Value ein bisschen höher. Oh mein Gott. Also, ich muss sagen, hier kommen wir eigentlich schon von der Größe her ganz schön schnell durch, ne? Ja, save. Aber ich will noch größer werden. Ich will am Ende dieses Videos die ganze Stadt einsaugen können. Ja, davon träumst du vielleicht. Oh mein Gott, das ist ein Riesen-Tornado. Lava-Tornado oder so. Und verkaufen. Das ist auch die ganze Stadt. Ey, jetzt habe ich gerade so viel Geld bekommen, ne? Jetzt kann ich hier auf jeden Fall, zack, Absorb-Distance, Geschwindigkeit. Zack. Ich hole mir auch noch mal ein bisschen... Alter, ich bin jetzt voll der schnelle Tornado. Du musst hier Geschwindigkeit kaufen. Du bist so voll der schnelle Tornado einfach. Boah, stimmt, stimmt. So, hier richtig reingehen und so. Ich bin einfach... Oh Gott, ich bin jetzt schon wieder voll. Okay, ich muss ein bisschen hier investieren in meine Größe. So, ich upgrade mich auch mal ein bisschen. Hier nochmal so ein bisschen. Guck. Ich kann sogar schon Bäume und so einsaugen, ne? Bäume und sogar fast schon Autos. Alter, ich kann hier einfach schon so Briefkästen... Warte mal, kann ich schon Autos einsaugen? Ne, Autos kannst du aber noch nicht einsaugen. Aber ich bin jetzt auch gerade schon fast 10.000 groß, ne? Da sind hier selbst so Steine. Ey, auf hier meine Sachen zu klauen. Was? Oh mein Gott, was kann ich hier alles einsaugen? Okay, ich sauge jetzt hier auf jeden Fall gerade schon richtig viel ein, ne? Ich habe jetzt auch hier... Oh, ich bin voll. Alter, ich kann jetzt schon nur Autos einsaugen. Was? Oh mein Gott, ich werde immer größer. Okay, ich habe jetzt hier auf jeden Fall richtig fette Sachen geholt. So, Alter. Und noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ich kann schon so viel einsaugen hier gerade, ne? So Autos, Taxis, Alter. Was ist jetzt deine maximale Größe, wie groß du werden kannst? Äh, 50.000. Boah, bei mir auch einfach gerade. Das ist so heftig. Alter, sehr gut. Das heißt, hier sind ganz viele am Start. Ey, ich sag dir, das wird so krass, ne? Wer heute es schafft, den größten Tornado zu machen, bekommt einfach 100 Euro, ne? Oh, Challenge accepted. Challenge, ja. Kaufen. Alter, ich kann schon Autos jetzt machen. Alter, ich habe irgendwie 50.000 gerade bekommen. Was? Weil du 50.000 groß warst, oder was? Ja, Mann. Ja, Mann. Alter. Yo, ich gehe jetzt auch gerade komplett durch, gerade hier. Okay, warte mal. Und nimm alles mit. Yo, ich sauge hier alle möglichen krassen Sachen. Ich auch. Ich glaube, ich kann ja schon Häuser aufsaugen oder so, wie groß ich schon bin. Ich hoffe, ich auch. Ich glaube, ich auch. Ich glaube, ich auch. Komm, hier, Müll. Ja. So ein Müllauto und so habe ich jetzt auch schon hier alles aufgesaugt. Alter, hier der Bus. Oh, mein Gott. Auch hier, Alter, so die fetten Steine und so auch alle gerade, ne? Ja, Mann. Alter, ich will aber noch jetzt hier sogar den Zaun schon. Ey, ich kann, glaube ich, gleich echt ein Haus aufsaugen schon. Ich glaube, ich verkaufe jetzt mal ganz kurz. Jetzt habe ich, oh mein Gott, so viel gerade bekommen, ne? Das war jetzt gerade extrem viel. So, jetzt kann ich hier noch Verkaufs-Value... Alter, das ist auch so ein Megatornado gerade neben mir gewesen. Okay, hier. Ehrlich? So, hier nehme ich jetzt erstmal alles hier mit. Schön, auch diese anderen Sachen, auch die Bäume und so. Ich bin jetzt an einem guten Ort auf jeden Fall gelandet, wo ich hier richtig viel aufsaugen kann. Ah, okay, 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 warte mal. Ich kann jetzt gerade noch den Müll... Hast du Müllauto aufsaugen? Okay. Kann ich jetzt schon ein Haus aufsaugen gleich? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich jetzt schon gleich ein Haus aufsaugen. Alter, ich kann jetzt schon so einen Bus aufsaugen. Jetzt schon wieder. Guck mal, ich sehe dich. Ich sehe dich. Guck mal, was ich eigentlich, guck mal, wie groß ich bin. Wieso bist du so groß? Boah, guck mal, was ich alles aufsaugen kann hier. Alter. Ich sehe es gerade, Alter. Du bist ja richtig groß und auch richtig schnell. Oh mein Gott, ich sauge jetzt das Gym auf. Geht das? Ja, ich kann schon ein Hausgebäude aufsaugen. Was? Oh mein Gott, ein Gym. Ich habe gerade das... Und hier die Häuser, die ganzen sind klein. Die kann ich alle schon aufsaugen. Okay, ich leide noch nicht. Ich bin auf jeden Fall noch bei den normalen Sachen. Alter, ich bin so krass groß gerade schon. Also Autos und so. Wie groß bist du denn gerade? Ey, ich bin 228.000 gerade groß. Alter, du hast dir doch irgendwas gekauft oder so. Du musst die ganze Zeit verkaufen auch, ne? So, ich habe wieder... Du hast dir irgendwas gekauft. Ich habe jetzt schon 300.000 gerade bekommen, als ich verkauft habe. Was? Alter. Ey, du hast dir doch irgendwas gekauft für Robux oder so. Habe ich gar nicht. Ja, hast du wohl, ja? So ein Ding also, ne? Dann gehe ich ja auch mal in den Shop rein. Was haben wir denn hier so für Sachen, die wir uns holen können? Ich habe nur ein paar Münzen, gut, dass ich so ein bisschen starten kann. Ja, und das ist einfach mir nicht mal gesagt, ne? Das ist ja wirklich unglaublich. Du hast gesagt, es geht für 100 Euro. Da kann man mal ein bisschen investieren. Ja gut, dann investiere ich auch mal ein bisschen, wenn wir schon so spielen jetzt gerade. Damit habe ich auch kein Problem. Und jetzt kann ich mir schön... Alter. Oh mein Gott. Schön rein hier investieren, Leute. Oh mein Gott. Was ich hier alles habe. Ich bin schon wieder 50.000. Ich kann jetzt insgesamt schon 367.000 groß werden, ne? Ich kann 700.000 jetzt groß werden. Alter, was hast du gekauft? Ich habe ein bisschen Münzen gekauft. Oh mein Gott, ich sauge schon Häuser ein. Wow. Einfach Riesenhäuser sauge ich hier jetzt ein gerade. Aber so ganz, ganz große oder noch so kleinere? Oh mein Gott. Alter, jetzt wird es auch gut hier. Oh nein, ich habe nicht genug Robux. Ey, verdammt. Ja. Du wolltest schon wieder was kaufen, oder was? Ich wollte mir gerade was kaufen, ja. Vielleicht wollte ich mir gerade was holen. Okay, pass auf. Jetzt muss ich, glaube ich... Alter, wie ich die Häuser hier wegnehme, na? Ey, ich bin bis jetzt größer als du, ne? Ja, 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 okay. Ich bin jetzt hier schon fast 700.000 groß. 700.000 einfach, Alter. Alter, das Haus liegt als in einem Tornado drin. Ich bin... Ich bin... Ich kann fast gar nichts mehr sehen. Alter, ich bin wieder ganz, ganz klein. Ich habe hier noch so Autos hinter mir gerade. Was? Okay, warte mal. Ich wollte es auch kurz vorgucken jetzt hier. Schön einmal... Oh, Alter, wie ich jetzt hier alles mitnehme. Okay, ich bin voll... Verkaufen würde. Ich bin mega klein. Alter, aber ich fiel dich jetzt hier gerade mitnehme, na? Das ist nicht mehr normal. Ja, meine ich auch. Denn die Distanz... Oh, jetzt kann ich mir schon nichts mehr leisten, was? Ja, Mann, das Geld ist immer direkt aufgebaut. Ich weiß, es ist immer sofort aufgebaut. Aber jetzt hier... Jetzt sammle ich so viel ein, da kommst du gar nicht hinterher jetzt gleich. Ey, wohl. Ich habe die ganzen Teile mit Palatern. Ach, du machst hier irgendwas krasses. Man kann sich so krasse Skins holen. Was für Skins? Oh mein Gott. Du kannst oben Skins auswählen und ich bin jetzt gerade der Sandtornado. Alter, ich bin Sandstorm einfach gerade. Oh mein Gott, wie groß wird das? Ich glaube, ich muss mir nochmal ganz so ziehen, ein paar Sachen holen. Ey, nichts holen. Ich habe auch nichts mehr geholt eben. Ich bin Platz 1 auf dem Server, guck mal. Ich habe die Komme auf. Wie das? Oh mein Gott. Achso, ja gut, weil du jetzt gerade in dem Moment der Größte bist. Na gut. So, jetzt sammle ich hier auf jeden Fall richtig schön viel ein. Und du wirst sehen, das wird jetzt hier was richtig krasses werden. Ich habe nämlich hier ein bisschen... Lächerlich. Ja, du wirst sehen. Ich werde auf jeden Fall vielleicht die maximalste Größe erreichen. Nee, 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 Freundchen. Wir machen, wer zuerst eine Million erreicht. Das können wir ja machen. Ich habe schon eine Million. Du hast nicht eine Million gerade. Ja, aber ich habe schon von der Kapazität über eine Million. Was? Warum hast du das schon? Ich habe 1,5 Millionen sogar von der Kapazität schon. Alter, du hast ja richtig viel noch gekauft. Nee, ich habe nur einmal hier Dings geholt. Max-Size. Dass ich da fünf Level bekomme. Alter, unglaublich. Das ist ja... Alter, ich sauge so viele Häuser gerade ein. Unverschämt. Und du bist ja auch 65.000. Ja. Immer mit der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft hier. Die ersten Häuser gehen jetzt hier auch schon in mein Repertoire gerade rein. Ich weiß nur, wer hier gleich schon die eine Million hat. Alter, ich bin so krass groß schon. Warum bist du denn schon so groß jetzt direkt? Weil du dir das für Robux geholt hast. Alter, hier zog ich alles ein. Und eine Million. Was? Ja. An wen geht die Euro jetzt? Dann machen wir ja bis zwei Millionen. Ey, das ist ja unfair. Was soll das denn? Oder wie viel hast du? Du hast gesagt bis 1,5. 1,5. Alter, das ist ja richtig krass, was du dir geholt hast. Das bin ich aber jetzt gleich schon. Shit, das kostet richtig viel. Wieso, wie teuer ist das? Das nächste Upgrade gerade, ich bin jetzt gerade 1,3 Millionen, kostet 400.000. Ja, aber du kannst einfach auf das Plus daneben drücken und dann kannst du für lächerliche 200 Robux fünf Stufen überspringen. Ja, aber ich hab nicht mehr so viel Robux. Naja, okay, okay. Ich verkauf mal. Alter. Oh, ich hab zwei. Ich bin wieder ganz klein. Alter, ich hab zwei Millionen gerade bekommen. Oh Gott, ich seh gerade erst, dass man da freischalten kann. Das hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen, ne? Wieso? Was denn? Man kann hier zu dem Militärbereich rein. Nein, laber nicht. Das kostet aber 10 Millionen Cash. 10 Millionen. Egal, so viel hab ich nicht. So viel hab ich auch nicht, Alter. Alter, ich bin gerade so groß schon, ne? Lass beide gleichzeitig verkaufen, wer dann zuerst bei einer Million ist, okay? Ja, okay, okay, okay. Sag Bescheid, sag Bescheid. So, warte, ich muss jetzt hier gerade schön nochmal einmal... Verkauf, verkauf, verkauf. Du hast genug, du hast genug. Ja, okay, okay. 3, 2, 1, jetzt verkaufen und los geht's. Okay, los geht's. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Alter, ich sauge hier gar nichts ein. Wie hast du jetzt schon 8.000? 13.000, 16.000, Alter. Ach, du hast dir irgendwas gekauft. Du hast dir irgendwas gekauft. Nee, guck, da bist du, guck. Ich krieg einfach nur wahrscheinlich mehr. Es kann gar nicht sein, dass du jetzt schon so schnell hochgegangen bist. Okay, ich verkauf, ich verkauf wieder. So, und jetzt sauge ich wieder neu ein. Mhm. Aber ich bin jetzt immer noch nicht auf 8.000. Hast du irgendwas Doppeltes geholt oder so? Nein, ich hab einfach nur ganz normal... Doppeltes Einsaugen oder sowas. Jetzt geht's hier langsam rein auf jeden Fall. Jetzt geht's hier rein. Ja, bei mir auch. Wie viel bist du? 9.000, 10.000 bist du jetzt. Okay. 20.000 bin ich jetzt gerade. Naja, aber eigentlich hab ich gewonnen, wissen wir beide, ne? Nix da. Nix da, du hast dir ja zuerst was gekauft. Na klar. Ohne mir was zu sagen. Das geht gegen die Regeln. Gar nicht. Na klar, du kannst doch nicht mit dem Geld spielen und dann einfach was für Robux kaufen, ohne mir was zu sagen. Ja, was? Alter, da hatten wir die Wette noch gar nicht gemacht. Aha, das hast du schon vorher gekauft. Aber du meintest, es geht ja um 100 Euro, deswegen hast du's gemacht. Nee, da hab ich noch nicht geholt. So, ich saug hier auf jeden Fall auch gerade gut ein. Naja, so'n Ding also. Wie sieht's bei dir aus? 40.000, ich hol dich noch ein, guck hin. Ich bin voll gut dabei gerade. Ich bin voll gut dabei. Alter, wir auch. Ich auch. Aber das ist unmöglich, dass du mich eingeholt hast. Du hast irgendwas gemacht. Nee, ich krieg's ja, du kriegst ja Scale Value. Was hast du für ein Scale Value links? Was ist Sale Value? Das ist 1,455. Was hast du für eine Absorb Distance? Alter! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die haben sich alle noch nicht eingesammelt. Oh mein Gott. Du musst stehenbleiben, du musst stehenbleiben. Ha! Du hast mich ja gar nicht eingeholt. Verdammt. Ich bin nur nicht stehen geblieben, das hab ich voll vergessen. Hey, dann hätte ich mich gar nicht zurücksetzen müssen. Ah. Alter, guck mal, ich bin schon bei 800.000 jetzt. Du bist bei labbrigen 100. Alter, ich hab die ganze Zeit die Dinger nur hinter mir. Ich bin bei 400.000. Aha. Ich bin schon bei 1,3 Millionen jetzt. Ich bin maximale Größe, ich kann gar nicht höher werden. Nee, ich kann bis 2 Millionen werden sogar. Und du kannst so bis 1,3 Millionen. Nee, ich kann bis 1,6 Millionen. Ah ja, okay. Das bin ich jetzt auch. Also ich bin jetzt auf meine maximale Größe. Ja, war ich auch schon. Da war ich überall schon die ganze Zeit schon vor dir. Da musst du aber manchmal stehenbleiben. Das hab ich gar nicht gewusst, Leute. Du ziehst die ganzen Häuser hinter einem her, glaube ich. Die ganzen Sachen. Mh, das macht doch immer ganz viel Sinn. Boah, der eine ist bei 3,7 Millionen. Wir sind ja auf 1,37 Millionen, Alter. Wie geht denn das? Wie ist das auf 4 Millionen, Alter? Was geht da ab? Mein Gott, man muss auch nur stehenbleiben. Das ist voll die Taktik hier. Ja, Mann, Alter. Okay, okay. Einmal alles mitnehmen und dann ab. Alter, ich muss schon sagen, wir sind hier auf jeden Fall die größten Tornados in ganz Roblox. Und die gefährlichsten. Wir probieren heute das größte Loch zu werden auf der ganzen Welt, Freunde. Ja, wir können nämlich bei diesem Spiel alles mögliche aufessen. Guck mal, jetzt müssen wir zum Beispiel ein bisschen größer werden, um diese Lammen jetzt hier zu essen. Das ist aber kein Problem, Leute. Da kann ich jetzt einfach hier diesen Busch essen. Oder den kann ich vielleicht auch gerade nicht essen. Komm, wir essen lieber diesen Hydranten, okay? Wird gegessen. Jetzt haben wir jetzt auch schon die Möglichkeit, hier diese ganzen Laternen und so zu essen, Leute. Und später können wir zum Beispiel noch andere Leute essen, die ganzen Häuser essen und so. Deswegen, wenn ihr davon auf jeden Fall mehr sehen wollt und wir so heute der größte im ganzen Server irgendwie hier oben werden sollen, Freunde, dann haltet auf jeden Fall gerne mal auf den Like-Button, auf den Abo-Button und dreht mal gerne euer Handy einmal ganz kurz so. Drückt noch auf den Abo-Button und auch auf die Glocke, Freunde. Gerne noch ein Like da lassen. Und jetzt soll ich mal sagen, viel Spaß. Mit dieser Folge, Freunde, jetzt werden wir nämlich auf jeden Fall mal alles mögliche essen, bis zum Geht nicht mehr. Wir fangen natürlich erst mal klein an. Wir können jetzt hier so Sachen kaufen wie Laternen, Hydranten und so. Wusstet ihr, dass wir jetzt zum Beispiel noch Sachen verbessern können? Ja, wir können jetzt hier zum Beispiel noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit kaufen. Hier zum Beispiel hier für 10 Dollar geht auf jeden Fall gut hoch, so. Denn der Angebotswert kann man zum Beispiel auch nochmal hoch machen. Alles kein Problem, Freunde. Jetzt können wir zum Beispiel ein bisschen schneller sein. Ihr seht schon, jetzt können wir hier richtig, richtig schnell unterwegs sein. Hier so ein paar Sachen kaufen. Hier so, äh, zack, ein paar Sachen essen. Noch Laternen und so, Leute. Aber im Endeffekt werden wir nachher die ganze Stadt essen können, ja? Und das ist dann nachher unsere Mission. Guck mal, hier geht es sogar schon, dass wir die paar Bäume einsaugen können. Häuser können wir gerade noch nicht. Aber hier ist zum Beispiel auch noch ein anderes Loch, Freunde. Also der ist da vorne auch unterwegs. Und wenn der uns nachher isst, na? Das könnte auf jeden Fall ein bisschen böse enden, muss ich auf jeden Fall sagen. So, hier nochmal ganz kurz Laternen und so mitnehmen. Hier auf jeden Fall nochmal den kleinen Park hier, Freunde. Alles mögliche mitnehmen. Unten steht hier 13.000, das ist quasi gerade unsere größte. Und, oh, hier ist auf jeden Fall ein ganz guter Bereich, wie wir hier ganz gut Geld bekommen. Ich glaube, es wird richtig abgehen, wenn wir hier nachher wirklich Häuser und so haben. Und guck mal hier, Leute, kann ich den hier essen? Kann ich den, ah, nee, den kann ich leider nicht essen. Dafür muss ich, glaube ich, extra kaufen. Das kostet, glaube ich, ein bisschen mehr Robux, habe ich gesehen. Aber hier, den ganzen Zaun, Leute, den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit. Wir sind auf Platz 2. Der zweite, beziehungsweise der erste Platz hat einfach mal 68.000 Größe. Also nochmal dreimal so viel wie wir. Das lassen Sie auf jeden Fall nicht auf mich sitzen. Ich möchte jetzt alles Mögliche aufsaugen bis zum Geld nicht mehr. Es gibt nachher auch noch Karten, die wir nachher noch kaufen können. Zum Beispiel können wir jetzt hier noch einmal ganz kurz, ich glaube, was können wir hier verbessern? Genau, den Angebotswert können wir noch mal verbessern. Und nochmal unsere Geschwindigkeit. Deswegen kommen noch mal ein bisschen was da drauflegen, Leute, damit wir nochmal ein bisschen schneller werden. Das reicht nachher aus, dass wir gleich Häuser essen, Leute. Ich bin auf jeden Fall dann sehr gespannt, wie schnell wir dann am Ende vielleicht wachsen. Weil der ist jetzt schon fast bei 200.000. Wir können sogar schon ein paar Häuser bewegen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber der ist schon bei 200.000, Leute. Und wollen ja wirklich gerade der Größte werden. Also komm, hier nochmal ganz kurz alles Mögliche mitnehmen. So, dann mal gucken. Wir machen das jetzt mal so. Kann ich das Haus jetzt hier essen, Leute? Oder hat der das gerade gegessen? Ah, doch, ja. Komm, Haus, geh rein vielleicht, ja. Oh, ein bisschen teuer. Oh, 9.000. Oh, yo, das Haus bringt einfach 9.000, Freunde. Oha. Guck mal hier, wie viel das jetzt einfach bringt. Hier, 8.14, zack, 9.000. Können wir quasi das auch schon essen, oder? Ja. Ja, mehr oder weniger können wir schon. Oh Gott. Ja, zack. Und kommt, das auch noch rein, irgendwie reinquetschen, das Ding hier. Ah, okay. Aber, Leute, wir werden gerade auf jeden Fall hier mega, mega groß. Also das können wir auf jeden Fall noch nicht machen. Hier ist auf jeden Fall der Typ. Das ist jetzt gerade, das ist jetzt hier gerade der erste Platz. Und ich weiß nicht, ob er das gekauft hat, dass er nicht essen kann. Weil das muss man nämlich extra kaufen. Hier 10.000 für das Haus. 13.000 für das. Ey, Leute. Das ist ja gerade unnormal. Guck mal, wie wir die ganzen Häuser hier essen. Genauso wie der Typ einfach. Hier. Bäm. Alles mitgekauft. Jetzt können wir hier quasi jedes Haus essen. Oha, Alter. Wie groß wir einfach werden, Leute. Wir sind gerade schon mega. Wir haben die Krone. Wir sind erster Platz. Leute, wir sind gerade einfach erster Platz. Okay, jetzt ist unsere Mission, das auf jeden Fall zu halten. Ihr seht schon, wir sind jetzt hier unten bei 234.000. Wir können nachher noch so ein Krankenhaus oder so essen hier noch, ne? Alter Schwede, wie viel wir jetzt nachher noch essen können. Und hier, zack. Häuser mitnehmen. Leute, alles mitnehmen. Ah, ich glaube, ne. Der ist nicht rausgegangen, sondern er hat einfach sich nachher seine Sachen so verkauft. Weil, Leute, wir müssen hier gerade oben 257.000 Dollar haben. Wir können hier nachher zum Beispiel unseren Wert verbessern. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf Verbesserung klicken, unsere Kapazität ist gerade bei 689.000. Das heißt, höher können wir auch gar nicht mehr größer werden. Das müsst ihr dann nachher wieder kaufen. Aber, Leute, guckt euch das mal an. Wie groß wir jetzt hier einfach gerade werden. Guck mal, wir können ja die ganzen kleinen Teile essen. Da gehen wir uns halt so easy rüber hier. Die ganzen Häuser. Guck mal hier, wie die ganzen Häuser einfach essen. Ey, wie groß wir gerade einfach sind. Yo, wir haben die ganzen kleinen Teile hier mitten. So, zack. Häuser absolut komplett voll essen jetzt hier. So, alles mitnehmen, Freunde. Hohohohohoho. Wie groß wir einfach werden. Guck mal, hier ist jetzt gerade eben der erste Platz hier. Dieser Lucky. So, hier, komm. Nochmal durch die Häuser durchgehen. Ohne Probleme. So, alles mitnehmen. Ja, wir sind unaufhaltbar. Okay, wir müssen anscheinend schon wieder eine Verbesserung kaufen. Komm, wir 55.000 Dollar. Und wir 20.000. Kaufen wir auf jeden Fall mal ein bisschen höhere Kapazität, Freunde. Ja, so brauchen wir nochmal ein bisschen mehr Geld. Aber, Leute. Jetzt haben wir so zum Beispiel schon mal 900.000. Und ihr seht schon, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen langsamer wieder. Deswegen würde ich mal sagen, wir kaufen uns mal wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit. So. Und dann auf jeden Fall nochmal, dass wir mehr für unser Geld nachher bekommen. So. Alles klar. Also mal 26. Dann bin ich gleich mal gespannt. Wenn wir das jetzt gleich mal verkaufen, wie viel Geld wir denn im Endeffekt bekommen. Weil, guck mal, wir sind gleich schon wieder bei 900.000. Das ist jetzt einfach so exponentiell, wie das Ganze hier hochgeht. Also mega, mega schnell auch auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall im Endeffekt auch nochmal dieses Haus hier mitnehmen können. Weil, zack, Leute. Ihr seht hier schon. Das Loch ist voll. Komm, wir drücken mal auf Verkaufen. Und so. Und haben jetzt 247.000 Dollar dafür bekommen. Ey, mega, mega gut. Und jetzt arbeiten wir jetzt mal ganz kurz wieder auf den ersten Platz. Weil mit diesen 247.000 Dollar können wir jetzt hier nämlich bei Verbesserung, zack, das wieder hochkaufen. So, und die Kapazität allgemein hochkaufen. Geschwindigkeit würde ich auch mal sagen. Machen wir nochmal ein bisschen höher. So, und dann, Freunde. Auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld sammeln. Ich fange erst mal wieder ein bisschen kleiner an. Hier ein paar Jutrandon zu kaufen. Hier ein bisschen Zäune mitnehmen. Ey, der möchte mich, glaube ich, essen oder so, ne? Aber hat er nicht geschafft. Komm. Mal gucken. Ich werde mich gleich mal melden, wenn ich wieder ein bisschen größer bin, Leute. Ich glaube, Freunde. Wenn wir quasi hier bei Verbesserung das hier kaufen, den Angebotswert, wenn wir das hier hochmachen, glaube ich, kriegen wir, glaube ich, jedes Mal viel, viel mehr Punkte durch die ganzen Sachen hier. Also, ich kann mich auch natürlich täuschen, aber hier können wir die ganzen Zäune, bap, bap, bap. Okay, nee, 48 haben die vor auch gekostet. Na gut, okay. Alle Zäune mitnehmen bis zum Gehtnichtmehr. Der eine hat jetzt 300.000. Und unser Ziel ist es einfach, eine Million groß zu werden, die ganze Stadt essen zu können. Freunde, hier nochmal ganz kurz die Steine mitnehmen. Vielleicht können wir auch schon wieder die Häuser essen. Weil dann geht es auf jeden Fall wieder richtig rasant los. Hier kommen Straßenlaternen. Alle mitnehmen. Und später gibt es nachher auch nochmal eine Map, die wir freischalten können für irgendwie 10 Millionen Dollar oder so, Freunde. Also richtig unnormal. Die können wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Bei 22.000 sind wir gerade schon. Alter Schwede, Leute. Es wird auf jeden Fall gleich wieder richtig, richtig schnell losgehen, wenn wir die ersten Häuser wieder essen können. Weil dann kriegen wir wieder so 10.000 pro Haus. Und, oh, ist der Typ groß hier. Der Dragon Lore, Leute. Das ist ja mega groß gerade. So, hier. Ganz kurz alles Mögliche mitnehmen. Hier nochmal den kleinen Spielplatz. Oh, Leute. Das macht so Spaß, ne? Dieser Loch Simulator. So, hier kommen. Oh, 600. Ich glaube, wir haben gerade 6.000. Oder haben wir gerade 6.000 oder 600 für irgendwas bekommen? Ich glaube, 600, ne? Genau, das war 600. So, ich glaube, hier unten können wir gleich noch wieder die ersten Häuser essen. Ich glaube, das war hier so in der Nähe, ne? Genau, hier dieser. Ah, noch nicht ganz. Wir müssen, glaube ich, noch einmal ganz uns hier durchgehen. So. Der hat sich auch wieder gerade kleiner gemacht. Komm, ich glaube, diesen Laden hier können wir, glaube ich, schon mal essen, oder? Können wir jetzt hier den... Ja! Oh, 9.000 einfach gerade bekommen. Sehr gut, Freund. Das heißt, wir können jetzt schon mal diese Läden essen. Jetzt wird es auf jeden Fall wieder richtig, richtig interessant. Hier jetzt kommen wir auch diesen, genau, diesen Friseursalon. Können wir jetzt hier, glaube ich, auch schon essen. Oder fast auf jeden Fall. Ein bisschen fehlt es doch. Ein kleines bisschen. Komm. Kann ich dich hier reinquetschen irgendwie ein bisschen? Oh, wir haben so die Krone auf gerade. Wir sind gerade einfach erster Platz. Und haben wir jetzt, glaube ich, haben wir es gerade gegessen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht so gerade darauf geachtet. Hier kann ich das mitnehmen. Ja. Komm, quetsch dich da rein irgendwie. Ach, ganz haben wir es jetzt nicht reinbekommen. Also wir müssen ein kleines bisschen noch größer werden, damit wir noch hier ein paar mehr Sachen essen können. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal ganz kurz vorne zu so einem Haus hin. Genau. Aber ich glaube, das rechte Haus hier sollten wir eigentlich mit Leid. Ja, hier. Und jetzt. Ja. Jetzt können wir alle Häuser fast hier schon wieder essen, Leute. Sehr gut. Hier nochmal ganz kurz das Gym essen. Also das Fitnessstudio. Hier nochmal. Zack. Keiner wird mehr hier trainieren können in dieser Stadt. Haha. Auch keiner wird mal Pizza essen können. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. So, zack. Das blaue Haus. Können wir auch schon essen? Oh ja. Oh Gott. Das heißt, wir können jetzt ja mega. Ey. Was ist gerade passiert? Ich glaube, wir haben da gerade das schwarze Loch oder so gekauft. So, hier. Zack. Alles mögliche essen, Freunde. So. Hier nochmal ganz kurz die Wohngegend oder so. Oh, ich glaube, ich habe das zu schnell. Ah, genau. Jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich habe es schon zu schnell gegessen. So, hier nochmal ganz kurz. Zack. Bagger hier. Kein Problem. Nochmal das nächste Fitnessstudio hier essen. Wir sind schon wieder bei 400.000, Leute. Kein Problem. Einfach mal mega, mega viel. Richtig, richtig crazy auf jeden Fall. So, hier ganz kurz nochmal außen. Die Hochhäuser mit dem Gefühl. Das kriegen wir einfach 30.000 Dollar, Freunde. Wir sind schon bei 600.000, Freunde. Einfach bei 600.000. So, hier nochmal ganz kurz den Kaffeeladen mitnehmen. Hier. Ohne Probleme. So. Alles stürzt auf jeden Fall auf mich ein. Gleich haben wir schon die eine Million erreicht, Freunde. Endlich. Gleich einfach die eine Million. Kriegen wir hier vier Punkte, Freunde. So. Zack. Alles mitnehmen. Nochmal ganz kurz hier den Reparaturladen für Autos und so. Ey, wir sind gerade bei einer Million. Boah. Und jetzt. Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall gerade voll. Also, Leute. Da wir jetzt gerade voll sind und jetzt wir essen können und ich gerade nicht wirklich viel Lust habe, nochmal gefühlt von vorne anzufangen. Gehen wir jetzt mal ganz kurz auf Kaufen und kaufen jetzt mal ein schwarzes Loch. Ja, Freunde. Dieses schwarze Loch kostet 300 Robux. Kaufen wir jetzt extra für euch. Und mal gucken, was dieses schwarze Loch jetzt bringt. Und Leute. Alles wird in mich reingezogen. Ey. Es wird alles in mich reingezogen, Leute. Yo. Yo. Wow. Alter. Was? Yo. Ey. Oh mein Gott. Was? Leute. Was geht hier ab? Ich bin gerade einfach 11 Millionen groß. Wir haben jetzt gerade 12 Millionen. Yo. Was machst du da? Was machst du da? Was ist da vorne? Nicht so laut. Da vorne ist ein gruseliges Ei und Schu-Schu-Charles ist ja auch direkt um die Ecke. Wow. Da sind die. Ah. Sagst du, heute sind die ganzen Schu-Schu-Charles-Morphs wieder am Start. Oh yes. Aber nicht nur das. Sammel mal einen hier. Was ist das? Ich bin Charlie Josh. Charlie Josh. Alter. Warte mal. Hier unten ist noch eins. Siehst du das hier unten? Okay. Warte mal. Ich sehe gerade. Oh. Wir haben auch so ein krasses Skin-Paket und sowas. Charlie Detektiv-Hund. Hol dir das mal. Das Scooby-Doo. Das Scooby-Doo irgendwie. Okay. Warte. Ich gehe mal nach unten. Wo ist das hier? Da. Okay. Hier unten war das direkt. Es gibt extrem viele neue Eier auf jeden Fall, die wir noch nicht geholt haben, sehe ich gerade. Boah. Und auch so Specs. Oh mein Gott. Okay. Warte mal. Also manche haben ja schon gesammelt, aber es gibt extrem viele. Hier vorne ist auch ein Ei. Krass. Krass. Guck mal hier vorne. Bist du denn? Ach da. Ich bin hier lang gelaufen. Guck mal. Ich habe einen Schnuller. Ein Baby-Chu-Chu-Charles. Und eine Windel habe ich. Guck dir mal die Windel an. Alter. Und ich sehe hier links schon leuchten. Da ist noch ein. Direkt noch ein Ei, oder was? So. Wie würde ein Zugbaby schreien? Das ist super. Schu-Chu-Chu-Charles als Patrick. Egal. Wir sind einfach Patrick. Alter, da musst du einfach aufpassen. Hallo, Spunch-Poop. Hallo, mein lieber Patrick. Wie geht's dir? Haben wir auch ein Boot, in dem wir zum Haus kommen können? Oh mein Gott. Was ist? Schu-Schu-Chu-Charles, aber als hier. Wie heißt der nochmal? Ja, den haben wir das letzte Mal schon gesammelt. Guck mal. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich bin Benjamin, der dicke Elefant. Okay, das heißt, wir haben schon mal ein paar gefunden. Aber es gibt ja noch richtig viele. Da haben wir auch zum Beispiel oben auf dem Berg. Ja, das Problem ist, du siehst hinter uns so eine Insel, die beleuchtet ist. Da kann man auch hin, aber du weißt ja vielleicht doch, man kann irgendwie nur fünf Sekunden das Wasser berühren. Und dann geht man drauf. Das heißt, wir müssen gleich ein Boot holen. Kaspar, hier sind irgendwie direkt 5.000 Eier auf einem Fleck. Hier ist ein Säurebad, hier ist ein Säurebad. Guck mal, Mickey Mouse habe ich hier, Charlie. Nerd, ich habe hier Nerd, Charlie. So, hier sind noch ein paar. Du hast dich in den Sumpf betreten, steht da sogar. Alter, Charlie-Frosch! Blumpen, den gibt es denn hier, Alter? Oh mein Gott, da ist eine Krabbe, du hast die geweckt! Welche Krabbe? Hier ist so eine Krabbe, die killt mich! Alter! Guck mal, er sieht einzigartig aus. Ich bin hier oben auf dem Berg. Bist du mich? Ich bin die Spinne! Zeig mal! Wie heißt das nochmal? Nein, hier, dieses Heroes Reise, so heißt das. Diese eine Spinne da, die da rumliegt. Stimmt, stimmt, ein bisschen schon, ja? Oh mein Gott! Nicht erschrecken, wenn du mich siehst, warte ich kommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das denn? Franklin, oder wer ist das? Ja, ich wusste es! Warte mal, hier ist was, hier ist was? Vergraben, hier ist was vergraben? Hier brauchen wir eine Schaufel! Hä? Warte mal ehrlich? Stimmt! Okay, warte, dann lass mal, genau, dann lass mal probieren, dass wir eine Schaufel irgendwie finden. Ich seh ein Ei noch, links irgendwo, den Berg hoch. Ja, safe. Oh mein Gott, auf dem Dach, Bro! Hier auf dem Dach! Lol, das sieht krass aus! Warte, 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 wir können hier auf dem Dach, aufs Dach, ist die Frage. Von drinnen und dann, glaub ich, die Leiter hoch. Hier aus ist die Leiter, hier aus ist die Leiter. Ah, ah! Oh Gott! Eine Axt brauchen wir auch noch! Oh, ja, eine Axt auch noch und so, man kann hier so viel noch freischalten. Hier ist das Ei. Oh, warte. Boah, der sieht krass aus! Charlie Timmy! Oh mein Gott! Okay, der sieht echt krass aus, ne? Guck dir! Hey, die Augen! Hier oben siehst du, das sind zwei Stücke auf einer gleichen Ecke. Oh ja, ich seh's gerade. Hier sind so viele schon wieder neue, ne? Gut gespottet, hier sind so viele Eier, Bro! Charlie Rusher! Ey, was? Charlie Adler! Guck mal! Hier unten! Hier unten sind auch welche! Das ist auch ein krasses rotes Ei! Und im Haus auch noch! Ey, wir haben so viele Eier! Das ist ja wohl ein Sammelrekord hier, oder nicht? Hier auch noch das Grüne! Das ist auch noch das Grüne hier am Start! Ey, wir können hier voll die Spur folgen, komm mit! Wir haben hier voll den Weg! Da links ist auch noch eins! Oh stimmt! Das ist Charlie Jumbo von Jumbo & Josh! Ey, was ist denn das? Guck mal! Ich bin gespalten! Hä? Was ist grün denn aus? Ich seh richtig verrückt aus! Richtig grüselig aus! Oh mein Gott, hier ist die Axt! Hier ist die Axt! Oh mein Gott! Ja, die brauchen wir! Ey, wie sieht der denn aus? Wie sieht der denn aus? Wie sieht der denn aus? Ist hier vielleicht eine schöne Schaufel oder so hier oben drin? Ne, die Axt brauchen wir auch in der Scheune! Da können wir nochmal zurückgehen kurz und gucken was wir da haben! Aber vielleicht ist hier oben noch eine Schaufel... Ne, hier ist noch ein Ei! Aber keine Schaufel! Okay, dann lass mal... Dann lass mal noch Dings gehen! Lass mal nach oben gehen! Äh, zur Farm gehen! Alter, jetzt guck hin! Woah! Yo! Der Geister! Yo, wie krass sieht der aus! Okay, lass mal zur Farm! Lass mal zur Farm! Lass mal zur Farm! Wo ist das... Da vorne ist die Farm hier! Wo musst du immer nur die Axt benutzen? Wo war das? Ähm... Draußen... Aufm Schornstein! Gar nicht! Beim Schornstein! Hast du es mir vergessen oder was? Hä? Ich hab... Was? Warte mal... Hier war das, ne? Hier, ja! Oh, drauf aus! Okay, gut! Ich dachte gerade... Woah! Charlie! Was mit irgendwelchen Wasserpistolen? Meinst du der hier, ne? Alter! Das sind doch keine Wasserpistolen! Das sind Waffen aus Gitter 5! Die Raygarn zum Beispiel! Ach so! Ach so! Wusste ich nicht! Alter! Und auf dem Kopf drauf! Was ist da auf dem Kopf drauf, ey? Alter! Lass uns mal zurück ins Dorf gehen! Weil da waren nämlich noch ein paar Eier! Ja! Die wir noch nicht eingesammelt hatten, ne? Warte mal! Hier sind auf jeden Fall ein Paar! Alter! Wie viele kommen hier! Hier ist ein Ei! Ja! Dann ist hier unter uns auch ein Ei, ne? Boah, du hast recht! Boah, Alter! Ey, der sieht... Oh mein Gott! Das ist Shrek! Ah! Ich verliere eben! Warte mal! Nein! Aber jetzt... Jetzt zeig ich dir was! Okay, was zeigst du mir? Was zeigst du mir? Guck mal her! Warte mal! Ja, was denn? Nein! Es geht nicht! Okay, wir müssen noch mal rumlaufen! Weitersuchen! Alles gut! Ja, ich hatte auch gerade die Möglichkeit mir ein Boot zu kaufen, ne? Das können wir eigentlich auch nutzen! Ah, guck mal! Hier ist die Schorne schon wieder! Okay, hier ist die Schorne schon wieder! Kein Problem! Wir müssen auf jeden Fall, äh... Da waren wir dran! Die Augen... Ja, sehr nah dran! Die Augen aufhalten nach einer Schaufel! Also aber da vorne... Ja, ja, ja! Müssen wir jetzt erstmal das eine Eier sammeln bei... Ich seh doch da oben schon wieder die gelben Eier leuchten! Nein, das siehst du doch auch! Das weiße Eier links oben! Stimmt! Lass da hin! Lass da hin! Lass da hin! Oh mein Gott! So ein Hunde-Chuchuchuchard! Stop! Schuchuchuchard! Alter, Ying und Yang! Also so ein Halbgesicht! Halbgesicht und ich sehe gerade hier bei dem Dorf ist auch noch ein Ei versteckt, was du auch glaube ich nicht geholt hast. Das ist direkt hier, hier oben auf dem Berg drauf, in so einer kleinen Kuhle. Hier oben nämlich. Was denn das? Hä? Der sieht ja richtig komisch aus. Charlie ist Smiley. Hier, komm mal her, hier ist so ein Haus mit einem Friedhof. Komm hier hoch. Alter, weil hier ist ein Friedhofsei, sehe ich gerade. Oh, so eine Kapelle, so eine alte. Und hier vorne, guck mal, hier ist auch noch so ein braunes Ei. Was ist für eins? Und hier hinterher ist auch noch ein Ei gewesen. Oh mein Gott, jetzt bin ich hier im Haus drin. Ich bin hier reingespawnt worden. Wie jetzt? Und hier ist so ein seltenes Ei. Wo bist du? Links, rechts, links in die Tür rein. Okay, warte, hier oben habe ich eins. Ey, was ist denn das? Okay, lass weiter reingehen hier. Sieht aus wie weit, oh mein Gott, hier brauchen wir einen Schlüssel. Oh nein, stimmt. Den finden wir locker irgendwo drin. Oh, hier ist das lirrende Ei. Der sieht ganz, ganz gut durch aus. Okay, voll gruselig. Hier wieder raus. Ich glaube, hier, hier vielleicht irgendwie, hallo? Ist noch ein Ei, aber kein... Mein Gott. Oh mein Gott, der sieht krass aus. Alter. Ui, wuuu. Halt auf jeden Fall die Ausschau nach der Milie an der Schlüssel, ne? Nicht, dass wir den jetzt hier übersehen. Sag mal, dass hier gar nichts drin ist, das wundert mich. Okay, warte mal, hier sind auch noch Eier. Wenn du ein bisschen rauszoomst. Hier sind voll viele Eier, sehe ich gerade. Auf der... Oh mein Gott. Hier auch in der Mine und so noch drin. Aber ich muss doch was... Ich darf kein Ei finden. Ich muss auch was anderes finden, weil dann kann ich nämlich was machen. Was richtig, richtig seltenes. Okay, und was musst du finden, ist die Frage? Hier ist ein goldener Schlüssel, den ich gefunden habe. Aber hier haben wir schon mal... Nein, wir waren schon mal in der Pyramide, waren wir schon mal drin. Au, Alter, wie viele Eier sind hier, bitteschön. Alter, die sind so viele, Bro. Guck dir das mal an. Okay, Charlie X, Charlie Monster. Hier, wer ist das? Was hier noch? Captain Charlie. Ja, ja, Captain... Ah, oh Gott, ich... Aua, ich kann nicht filmen, ich kann nicht filmen. Nein. Lol. Ich habe das Trollface. Ja. Nein, jetzt kannst du dir hier gar nicht. Schnell raus. Was machst du im Leben nicht? Da gehst du nirgendwo raus. Ich bin draußen, ich bin draußen, alles gut. Alter. Alter. Ich brenne. Hagi. Hagi, Hagi, Charlie. Oh mein Gott, ich seh's grad, Hagi. Wart mal, hier. Ey, da ist ein Killer. Lauf weg. Pass auf. Ich seh's grad, lauf. Lauf, lauf, lauf. Okay, warte, ich muss mich umwandeln, damit er nicht denkt, ich bin irgendwer. Charlie, Baby. Wie viele kommen hier noch? Ach so, viele Eier oder was? Ja, hier sind mega, mega viele. Guck auf unten, nicht, dass wir irgendwelche... Ja, da war es nämlich noch ein Wasser eins gewesen, aber egal. Aber auch hier oben. Guck mal hier, Winnie-Pooh, Charlie. Ey, was? Bro, wie viele, wie viele... Winnie-Pooh, wie cool ist denn der? Ich weiß, wie viele gibt es denn auch? Hier ist auch noch eins. Ich glaub, hier... Ja, auf den Dächern auch, nicht grad, ne? Charlie ist vor Hause. Ja, man safe stimmt hier unten. Oh mein Gott, wie viele sind denn hier noch? Winterkönig. Charlie Winterkönig. Ey, was? Charlie Angriff, sag mal was. Hier hab ich noch eins. Wie viele gibt's? Wie viele kommen hier noch? Bro, wir haben so viele Eier jetzt hier gesammelt. Pass leid dir, Charlie. Alter, wie viele lustige. Das Ding ist, ich will jetzt hier mal ganz kurz ein Boot kaufen, damit ich mir mal aufs Wasser kann. Pass auf, du mir einmal gefallen, weil ich das nicht machen kann gerade. Drück mal links auf meinen Zug. Warte, ich schau mir jetzt gleich mal das Boot, wo wir mal beobachten. Ja, weil es kann sein, dafür musst du nämlich Metall finden. Es kann sein, dass du schon ein Metall gefunden hast letztes Mal. Äh, ich könnte jetzt spawnen. Genau, dann machen wir, dann fahren wir. Da steht, versuch es erneut, gehe näher zu den Zugständen. Ja, genau, jetzt. Okay, warte, 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 warte. Nimm ich mit, nehm ich mit. Nein, ich kann mich mitfahren. Ja, 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 komm, 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 komm. So, jetzt? Hä? Ne, nein, ich flieg da durch, ich flieg da durch. Der ist bei mir ganz laggy. Der ist bei mir ganz baggy. Oh, na toll. Okay, dann geh ich raus. Kein Problem. Äh, lass mal hier rechts lang, weil das Ding ist, dann können wir nämlich, äh, mit dem Boot irgendwo hin, lass ich mal zum Steg das Ei einsammeln. Jetzt! Hahaha, oh mein Gott. Okay, fahr los. Fahr los. Warte mal, warte mal. Das ist weg. Das ist wieder richtig toll. Jetzt ist es weg. Das kann nicht sein. Warte mal, lass es mal. Ja, vielleicht kommt der Leuchte nochmal wieder. Da ist vorne, siehst du das Boot da vorne rechts? Ja. Was? Oh mein Gott. Ein Charlie Eis. Bro, einfach eingefroren. Alter, in einem Eiswürfel in einem großen. In einem Eiswürfel. Wenn man da vorne ist, ist ein Boot. Da müssen wir einfach mal hin. Ja. Okay, mal gucken. Ja, rotes Maskottchen. Hier unter der Brücke, siehst du das? Was ist da? Da ist auch noch eins. Ja, das habe ich mir schon geholt. Aber bin ich draufgegangen. Muss jetzt ganz schnell links. Oh Gott. Ich muss nach links jetzt. Nein. Nein. Ich bin da fast. Ja, das war so klar. Warte mal, ich stampe mal ganz kurz den hier. Dann beim Boot. Lol. Der hat ein Fragezeichen-Gesicht. Wie geht das? Nein. Ah. Wieso. Verdammt. Ich bin da Wasser. Nein, nein, nein. Oh nein, da kommt Schu-Schu. Eins habe ich noch eingesammelt. Ich habe ein Boot wieder. Ich habe ein Boot wieder. Also eigentlich können wir... Ich sehe gerade eine Sache. Und zwar auf der Scheune hinter dir. Auf der Scheune oben ist sozusagen auch nochmal ein Ei versteckt. Wie kommen wir da ran? Oh, Tatsache. Siehst du das obendrauf? Ich weiß, wie... Was? Wie? Wie kommst du da ran? Wie bist du da oben? Ich bin hier... Nee, oder? War nicht ganz. Hä? Hä? Wie soll man denn da hochkaufen? Da! Ja! Ich bin oben drauf. Ey, das ist, glaube ich, echt ein Ei, was man nicht so auf dem Schirm hat. Dann haben wir mal ja direkt wegrennt. Ja, ja. Safe, safe. Man achte da nicht. Und so sieht das auch aus. Ich bin ein Amerikaner. Alter, krass. Warte mal, ich geh mal ganz kurz hin und guck mal, dass ich mein Boot jetzt hier irgendwie... Dass du da mit reingehen kannst. So, jetzt komm. Oh mein Gott, ich bin im Boot drin. Okay. Pass auf da, wo bist du? Kommst du mit? Ich bin im Boot jetzt hier. Ich weiß halt nicht, ich glaube, ich fliege da durch durch das Boot, ne? Glaubst du? Ich weiß nicht, ob ich da durch kann. Und... Bro! Nein! Oh Gott. Warte, guck mich kurz zu, wie ich da hinfahre. Ja. Okay, okay. Geh zu dieser Insel, dann. Geh zu der Insel. Nee, ich fahre zum Boot. Da muss ja irgendwas krasses sein. Nee, das Boot ist gefährlich. Ich glaub, das Boot ist gefährlich. Es wird schon voll. Attacke! Nein! Attacke! Pass auf! Ich... Ich will mit da her. Ich will mit da her. Da ist nichts drin. Nein! Da ist nichts... In dem Boot ist nichts drin. Das ist einfach nur Attrappe. Bist du da raufgegangen sogar? Nee, ich bin... Ich lebe noch. Ich bin jetzt hier gerade bei der einen Insel. Du bist da raufgegangen auf das Boot. Warte, komm mal auf die eine Insel. 500 Obaks haben wir ausgeguckt. Ja, das war echt gewastet. Genau, komm jetzt hier rauf, weil hier sind noch mehr Eier, sehe ich gerade hier unten. Oh mein Gott! Was ist da? Was ist da? Aua, 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 aua. Hä? Hä? Ich bin einmal draufgegangen. Hier ist ein grüner Schlüssel! Hier warte, ich komme. Oh mein Gott, und damit kann ich das aufmachen hier, das grüne Schloss. Und zack, offen! Ich hatte gerade so einen krassen... Wo sieht man seine letzten Morphs? Äh, gute Frage. Der sieht krass aus. Charlie Augen. Ich habe so einen König eben eingesammelt. Der sah krass aus. König? Warte, ich komme mal ganz was rüber. Da ist der grüne Schlüssel. Ja, der war einfach unten drunter. Komm her! Komm her, Kollege! Komm her! Höchst du dich auch! Oh ja, ich habe jetzt... Oh mein Gott! Mit den ganzen Augen, ne? Und da kommt... Mal gucken, ob den anderen auch siehst, den du da jetzt gleich nimmst. Ja, mal gucken. Ja, hier auf dem Dach. Ja, sehr gut! Aber du hast einen, glaube ich, übersehen und ich suche jetzt gerade, ob ich den finde. Der sah nämlich... Ich habe ihn, ich habe ihn. Den König. Ja, der König. Der sah richtig krass aus, Alter. Und da ist er! Soll ich den nehmen? Warte mal. Und zack! Ich bin der König von Choo-Choo! Hallo, hallo, hallo! Hallo, ich bin der Alpha-Face! Alter, wir haben heute gefühlt alle gefunden! Ohne Spaß, richtig cool! Sehr stark!